So, ich möchte heute mal was ganz Neues machen und zwar möchte ich ein bisschen über mein System, über mein Setup erzählen und zwar verwende ich eine Sony ZV1 als Face-Kamera, ich habe ein LED-Panel zur Beleuchtung meiner Visage, dann natürlich ein Monitor, ein Acer Predator mit 144 Hertz, Tobi EyeTracker, Tobi EyeTracker 5, ein Loop Deck für die Fernsteuerung, natürlich ein Kaffee, den braucht man immer, das Azeron Cyborg Keyboard zum Kontrollieren, zum Zocken der DT-190 Pro, als Kopfhörer, Superkopfhörer, eine Armauflage, ein Athletica Puls Sensor, den ich verwende zum Puls aufzeichnen, ein Dark Project Keyboard, finde ich super, kommt glaube ich aus Tschechien, ein Shure SM7B Mikrofon, montiert an Mikrofonarm, drunter hängt eine Naga Trinity von Razer mit unglaublich vielen Tasten, auch wichtig, Skypad aus Glas, riesen Mauspad aus Glas, nicht billig, aber sein Geld wert und ja, so sieht das komplette Setup dann von oben bis unten aus, links seht ihr noch zwei externe Soundkarten, die braucht man nicht unbedingt und damit zocke ich so, dann danke fürs Zuschauen.